Hallo. Hallo. Na, kommt rein. Sieht gut aus. Ja. Wenn ich euch hier so sehe, dann hab ich den Eindruck, ihr seid richtig gute Freunde. Ja. Best friends. Also ich mag an Erik, dass er immer selbst ist. Er ist so er. Ich mag Subi, weil sie ein bisschen verrückt manchmal ist. Manchmal auch zickig. Lustig. Weil man mit ihr auch gut spielen kann. Was spielt ihr zusammen? Wir spielen Uno und Mamao. Verstecken ganz gerne. Mit den Pferden spielen wir auch ganz schön. Macht ihr viel Quatsch zusammen auch? Ja. Ja. Das finden wir immer witzig. Sie spielt manchmal ein bisschen verrückt, aber manchmal übertreibt sie es auch. Die kommen so, buf, 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 buf. Oh, lustig. Geht ihr denn auch zusammen auf dem Spielplatz? Spielplatz gehört jetzt eigentlich auch nicht so zu unseren Hauptorten. Da steht Paul ja nur rum und es macht ja keinen Sinn. Da gab es eine Rutsche, wo ich nicht leicht raufkam und da musste mir jemand helfen. Und man kann auch nicht in den Sand fahren, weil das alles stoppt. Und dann denke ich mir auch manchmal so, toll. Also wenn ihr angenommen, ihr könntet euch ein Spielgerät ausdenken, was ihr gemeinsam benutzen könnt. Wie wäre das? Äh, kleines Haus, Häuschen, da steht Hexenschule drauf, da kann man da so reingehen. Das könnte so ein Karussell sein, wo so Pferde sind und Lass. Ich kann aber keine Pferde malen. Du musst sie auch gar nicht malen. Sowas wie eine Rolli-Schaukel, das ist so eine halbrunde Platte. Und da drauf wäre irgendwie so ein Gestell, wo man den Rolli festmachen kann. Dass das hin und her geht und immer schneller. Richtig schnell so. Mein Gott, dann muss ich ja kotzen. Beschreib mir das mal ein bisschen genau. So irgendwie so Fußbälle als Sitze. Die Fenster so angeordnet, das ist auch so wie so ein Hexengesicht. Dann ist da noch so ein Froschenzimmer. Die Einhörnerhaare können auch bunt sein. Ja, die Haare sind bunt und die Köpfe sind gelb. Und der Fußball so nicht weiß-schwarz, sondern schwarz-neon. Grün. Ja. Also es muss auf jeden Fall viel Platz sein, damit ein Rutschefahrer überhaupt durchkommt. Dann aber mit so einer Rampe. Und eine Treppe, damit auch die Kleinen darauf können. Und für die meisten Kinder, die sich nicht vernünftig festhalten können. Auch mit den Stumpies. So, dass man auch, wenn man Rollstuhlfreunde hat, die auch mitspielen können. Das wäre richtig, richtig cool. Wäre super, wenn es so was geben würde, oder? Mhm. Das wäre cool. Das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Ja? Bitte schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich hab mir wirklich alles genau so vorgestellt. Das ist voll krass. Ja. Was? Hast du uns Leckeres gekocht? Ja. Was? Hast du uns Leckeres gekocht? Ja. 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 Ich hab mir wirklich alles genau so vorgestellt.